Insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse haben sie nach oben, dass wir auch jetzt schon so haben, dass wir uns draußen verstärkt haben. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das immer noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.